Musik Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Das Rad-Mitte-Straßenteam ist zurück in Schwerin. Im vergangenen Jahr haben die Radsportler aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen den Sieg auf der kleinen Runde der Schweriner Seenrunde unter sich ausgemacht. Auch bei der zweiten Ausgabe des größten Jedermann-Rad-Rennens in der Region ist das Rad-Mitte-Straßenteam mit dabei. Auf jeden Fall vorn dabei sein, im Zielsprint mit gegenzuhalten. Ich fahre die kleine Runde, die anderen Jungs fahren die große Runde, weil ich dieses Jahr nicht so viel trainieren konnte. Aber mal gucken, was geht. Beim Rennen durch die Lebitz fahren auch die Sponsoren mit. Die AOK ist nicht nur Namensgeber für die 55-Kilometer-Fitnessrunde. Mit dem dazugehörigen Team gehen insgesamt 15 Sportler auf die Strecke. Vom Kurs lassen sie sich überraschen. Sonst hatten wir mal einen Rundkurs und diesmal fährt man mit den 55ern zusammen wohl offenbar zwei Kreise. Aber besseres Wetter können wir nicht haben. Wir haben fast keinen Wind. Es sind ziemlich viele Meldungen eingegangen und wir lassen uns überraschen. Gestartet wurde wieder vor perfekter Kulisse. Am Schloss ging es los, allerdings nicht so richtig. Aus organisatorischen Gründen musste diesmal eine neutralisierte Zone vom Alten Garten nach Neuzippendorf eingerichtet werden. Wir haben leider dieses Jahr keine andere Ausfahrtsstrecke bekommen. Deshalb haben wir uns dafür geeinigt, okay, über den Franzosenweg, Bosselmannstraßen, Höhefeuerwehrmuseum rauszufahren. Aber ab da ist dann Vollsperrung. Das heißt, die Radsportler haben die komplette Breite und können dementsprechend ihre Rennen sehr, sehr gut fahren. Gut 270 Fahrerinnen und Fahrer gingen auf die kleine Runde. Immerhin noch 55 Kilometer durch die Natur. Mehr als 250 Sportler taten sich den langen Kanten an. 91 Kilometer hatten sie am Ende auf dem Tacho. Die Strecke wurde in diesem Jahr mehr in die Lebitz-Region verlegt. So konnten die Organisatoren noch besser für eine Vollsperrung in den Zeiten sorgen, in denen die Pelotons durch die Ortschaften brausten. Sicherheit wurde groß geschrieben. Insgesamt konnte sich Organisator Michael Kruse bei der Durchführung dieses Groß-Events auch in diesem Jahr wieder auf sein Team verlassen. Ein großes, großes Dankeschön natürlich an die vielen, vielen freiwilligen Helfer, die freiwilligen Feuerwehren, die Polizei. Ohne diese Unterstützung wäre das überhaupt nicht möglich gewesen und letztendlich auch die Sponsoren. Zielankunft der großen Runde auf Höhe des Feuerwehrmuseums. Sieger wurde mit Ex-Junioren-Europameister Daniel Rackwitz ein Lokalmatador. Ibrahim Ibrahim vom Rad-Mitte-Straßenteam kam an der Spitze des Hauptfeldes als 5-1-Ziel. Für den Vorjahres-2. Dennis Rössel hat es auf der kleinen Schleife diesmal zu Platz 10 gereicht. In seiner Altersklasse immerhin auch der zweite Rang. Nicht ganz zufrieden, nahe aber ausgepowert und gut im Ziel angekommen. Nur den Zieleinlauf vom letzten Jahr hat er vermisst. Das Ziel war hier direkt vorm Schloss in Schwerin. Das ist das, was der Radsportler liebt. Ein Ziel außerhalb ist unattraktiv, es sind keine Zuschauer da. Und ich weiß, dass es aber auch immer richtig schwierig ist mit den Verkehrsbehörden und der Polizei. Aber das sollte man hinkriegen im nächsten Jahr. Immerhin, für einen kurzen Plausch und das eine oder andere alkoholfreie Bier kamen die Sportler im Alten Garten noch einmal zusammen. Die meisten von ihnen werden wohl auch im kommenden Jahr wieder zur Seenrunde nach Schwerin pilgern. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. группierer sollte Hessen transfer es um 16 40 e decor aus Vielen Dank.